hallo und herzlich willkommen zurück liebe freunde hier ist wieder euer cheffi 87 ich habe heute wieder den kasa im gepäck und wir wollten ja natürlich wieder einschalten wenn wir kurz bevor wir vom kuperberg sind da sind wir jetzt auch schon und das schauen wir mal ob wir hier etwas erleben können oder auch nicht ich bezweifelt wahrscheinlich erst auf dem rückweg naja wir könnten ja auf dem rückweg bei dem autowrack vorbei was wir unterwegs gefunden aber das war dann doch eine sehr gefährliche situation noch hat keiner noch hat keiner geschrien über ja gut das war ja das letzte mal beim kupferhändler glaube ich so dann bin ich schon losgestürmt wie so ein wilder und dann haben sie gemäht ja wenn er nicht in fünf sekunden wieder da ist dann knallen sie den domas ab ja das war aber auf einem anderen server also das nicht auf den ja das war aber gut war eine gute was lustig war ja am unterhaltsamsten fand ich ja immer noch die entschädigung dann dass du 50.000 gekriegt hast und ich nur 25.000 naja wahrscheinlich der ich bin da geblieben bonus oder so naja ich habe keine keine angst ich habe mich da erst mal den jungs da auch die beschwert deswegen habe den auch ihr geld wieder zurückgezahlt ich nehme dieses geld nicht ich nehme keine almosen was mache ich denn hier wirst du an dem kofferraum auch noch mal irgendwann fertig ich weiß gar nicht was ich gerade gemacht habe absolut hin und her gepackt alles das ist natürlich lustig merke gerade ganz vergessen die zeit mit laufen zu lassen nein dann wird diese aufnahme wohl etwas länger gehen ich höre ein fahrzeug auf uns zu stürmen ja ich höre auch was ist irgendwas größeres ah ja das glaube ich wird ein überfall wir verteidigen unser zeug mit unserem leben so mache ich das ja dreh dich mal um hinter dir steht hat er mit dir geredet lauf glaubt die haben nur dich gesehen lauf 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 du hast immer noch lauf einfach weg das sind das sind wieder so eine halbstarken hier war das nicht der eine kollege den wir mal in der einen let's play folge wo war so alte männer gespielt haben wieder verarstern abdul razzak wenn du lernst den namen richtig auszusprechen dann überlege ich es mir ich schreib mal der polizei das ist doch ich habe keine angst ich bin tot hat er mit dir gesprochen natürlich hat er mit mir gesprochen was denn mit wem sprecht denn ihr ihr müsst doch mal was sagen hier einfach ballern oder was man 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 naja wenn ihr da hinten steht höre ich euch hier hinten nicht warum erschießt ihr hier mein kollegen gerade weil er nicht pariert hat parieren das nicht irgendwie das heißt kooperieren kooperieren heißt das ja gut ich kann jetzt in-game-chatten leider nicht nutzen ich hätte nämlich jetzt auch gesagt dass es kooperieren heißt aber ohne meine 2000 dollar mein letztes geld ja das ist scheiße na warte mal ich bleib mal noch hier so ein bissel ah ich kann leider die kamera nicht schwenken mal wieder nach fünf minuten fahren da kommt der medix medix near me no medix online einer das werde ich dir bezahlen doch wir werden uns mit aller macht an euch rechnen das nächste mal würde ich sagen ihr habt euch mit dem falschen angelegt aber ich muss sagen wir haben euch ein bissel englischen versprochen ja so kam es dann auch also thomas kannst du ihnen mal bitte erklären dass ich gerade versuche den youtube leuten werden das ja die quatschen wir schon wieder dazwischen ich ja scheißegal ob die sachen verschwinden ja sag ihnen einfach sie sollen mal kurz ruhig sein damit ich ein bisserl was erzählen kann aber ist okay lassen wir das einfach mal so stehen die sind eh weggefahren das ist gut ich sehe nämlich gerade es ist ein medic online aber keiner aus der nähe nach sind die dämlich alter sind die dumm ich finde es lustig wegen so ein bisschen geld ach das ist wahrscheinlich auch langeweile muss man so sehen das nächste mal nicht einfach anhüllt um mich zu schießen ich nehme wenigsten einen mit aber jetzt mal geschossen ich höre meine heli naja das ist die polizei ja das ist schön das ist schön für die polizei das bringt mir jetzt aber leider auch nichts mehr ich werde jetzt mal mit den sprechen ja ich werde hier erstmal weiter liegen und euch zuhören weil das interessiert mich dann doch warum sind die helis immer so laut ich kann nicht mal meine sound einstellung jetzt ändern hilfe 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 hallo die sind gerade weggefahren und haben einen kollegen erschossen ja das waren glaube ich mindestens drei mann die haben uns hier überfallen die haben mir geld gestohlen aber komischerweise haben sie unsere sachen im auto gelassen ok das sind ja schon mal nicht so gut wie sind denn die leute könnte uns weiterhessen oh ja und kaza weiß noch wie die heißen der ähne hieß abdul irgendwas abdul irgendwas die haben so eine issi abkürzung gehabt oder so ah dankeschön können sie uns vielleicht sagen in welche richtung die gefahren sind oder geflogen die sind in richtung norden gefahren also richtung norden sind die abgehauen mit dem fahrzeug ja dankeschön danke vielen dank herr officer schnappen sie sich die schweine mann 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 jetzt kommt der medik der war doch schon da hier kannst du eine sache noch auf dem ne die kann ich lustigerweise nicht aufheben ich bin die ich sehr interessant nein ich versuche es gerade mit der aktionstaste aber lustigerweise steht mir dann ein fahrzeug ein wenig aber die bessere idee wäre halt fürs nächste mal einfach gleich schießen naja wenn sie mit so einer karre ankommt dann wollen die nichts gutes ich fahr mal die karren stücke vor damit ich eventuell dann noch ein bisschen was deichseln kann mit meinem equip was da auf dem boden liegt aber wie es aussieht komme ich da nicht dran haben sie die waffe auch abgenommen ich weiß nicht ob die hier in irgendeinem koffer mit drin ist oder ne eigentlich nicht also meine waffe ist auf jeden fall weg das kann ich dir schon mal mit sicherheit erzählen und an das zeug was hier liegt ich nicht dran ums verrecken nicht naja das bissl knete was sie von mir haben können sie sich getrost sagt der typ oh hast aber viel gehabt er hat er zu dir gesagt ja wer rennt schon mitten auf dem bargeld rum also ganz ehrlich aber das sieht mehr nach einem lkw aus keine sorgen kannst du nicht aussteigen der überfall ist schon vorbei gewesen wir tun dir nichts wir haben gerade die arschten sage ich mal kannst kannst du mir gefallen tun kannst du mal versuchen diese wenn er jetzt gerade nicht drüber rollen würde diese koffer kannst du die aufheben ne ich kann die auch nicht nehmen ja das ist ärgerlich das ist mein eigenes zeug und ich komm da auch nicht ran hallo ja das ist scheiße ja leute sieht man mal hier trifft man auch nette leute ja es ist nicht immer nur krieg 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 es ist auch immer mal jemand nettes dabei der auch nur farmt möchtest du jemand grüßen dann hast du jetzt die chance naja du kannst jetzt jemand grüßen wenn du willst äh muss ich fragen warum ey wir machen nur so ein kleines video weißt ach so nö krumm wahrscheinlich okay alles klar viel spaß noch ne ja viel spaß wünscht man dir noch war das jetzt übertrieben naja gut man kann ja auch mal anbieten dass man jemand mal grüßt steigst du mal ein oder humpelst du noch länger darum ich komm schon wieder nicht in deine verdammte karre rein dann geh doch von der anderen seite rein ja das vergesse ich immer dass ich immer von deiner seite da einsteigen muss ja bin drin tja da war das doch mal wieder tja sehr eng gemischte gefühle man trifft nette leute man trifft polizisten die dir ja wieder nach oben helfen wenn du am boden wiegst man trifft arschige typen die versuchen aus 600 metern einzurufen oder zu sagen geh von dem stein weg was totaler schwachsinn ist tja was soll man machen das ist altes ja leute dann heißt es auch schon wieder auf wiedersehen ja wir hatten eine ereignisreiche folge mit einem toten oder einem halbtoten ja aber und die rache wird unser sein das war keine ankündigung das war eine tatsache und das wird auch passieren wir werden die leute suchen und kasarstod rechnen so sieht es aus und wenn wir dabei drauf gehen egal ja das werden wir sowieso aber wir nehmen mindestens zwei mit das auf alle jeder eine genau na dann ähm bis zum nächsten mal und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch schon wieder am eisenhändler tschüss tschö